Ich kann nichts essen. Die hebt das nicht auf. Das ist doch Fleisch oder bin ich dumm? Da ist doch original hier Fleisch. Oh, interessiert sie nicht. Okay. Oh mein Gott. Hm, na, was gibt's morgen bei dir zu essen? Ja, nur die Schuhe von gestern Abend. Aber wir wollten alle das Schuhmonster sehen. Tut mir leid, Tami. Warum ist hier Kinderspielzeug? Das ist voll die Verarsche. Wenn die die sowieso alle fressen. Warum haben die jetzt hier so blöde Bauklötzwürfelkacke? Okay, ich kann's nicht schieben. Ich kann's nicht ziehen. Ich kann's nicht ziehen. Ich kann's nicht schieben. 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 Ach, keine Ahnung, was ich hier mache. Ups! So, werf ich die Blitz auch im echten Leben? Ich dachte, wenn ich das schwere mit... Ach, jetzt kann ich's schieben bei Baum. Warum ist hier nix? Normalerweise hätte hier was sein müssen. Warum sind da Puppen? Warum gibt's hier so viel Spielzeit? Ich hasse Puppen! Ist das so fucking creepy? Ich habe keine Verlangen, da nach oben zu gehen, nur mal so. Ich habe keine Verlangen, da nach oben zu gehen, nur mal so. Spielt der mit dem Spielzeug gerade? Spielt der Kerl gerade mit dem Spielzeugaffen? Der hat doch gerade mit dem Affen da gespielt. Jungs und Mädchen, was muss ich denn jetzt machen? Bis jetzt? Ja. So... Oh no. Die Kiste kann ich nicht schieben, die Kiste kann ich nicht schieben, da kann ich hoch. Aber weiter geht die nicht. Ja, geht doch. Kann man dir die scheiß bekackte Kamera sich ein bisschen drehen? Ja gut. Kann man dir die scheiß bekackt? Kann man dir die scheiß bekackt? Kann man dir die scheiß bekackt? Was in Gottes Namen soll ich hier machen? Ey, manchmal wirklich könnte ich das Spiel nehmen und links und rechts einen an die Backe schlagen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, komm. Ach, komm, hör doch auf. Ah, ein Popo. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm, hör doch auf. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ich wollte gerade sagen, Alter. Dann hättest du aber von mir Ärger gekriegt. Lass mich verarschen. Der ist gerade nach oben gegangen. Keine Ahnung, wo der Penner ist. Sobald ich den Boden berühre, der Boden ist Lava. Ich bin hier auch am Arsch. Sobald springt die nicht. Das war sehr subtil. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ich wusste nicht, dass du die ganzen Uhren abkrabbelst. Langsam habe ich keine Angst mehr von ihm. Langsam bin ich einfach nur noch wütend. Ich will jetzt ein Maschinengewehr und den einen vom Latz knallen. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ich bin da oben. Die Tür ging nicht auf. Er mag dich einfach nur zu sehr. Ja, die Tür ging trotzdem nicht auf. Irgendwas hat blockiert. Ich wünsche er ist schon her. Die müsste doch... Oder durchpassen, sag ich doch. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja. Ich zünde jetzt hier die Bücher an und dann fackelt das ganze Ding ab und alle, die hier drin sind, werden dann umgebracht. Äh, keine Ahnung. Wie ist das hier in der Tür? Ach so, die sind blockiert. Was macht hier ein Klavier? Boah, warum ist das einfach so weird? Ahaha, ich will nicht. Zünd die Kerze an. Zünd die scheiß Kerze an. Dankeschön. Sorry, aber... Wenn ich aggressiv an die Sache herangehe, dann... Kann ich besser spielen. Jaaa, genau. Wie so ne scheiß Spinne. Jaaa, genau. Da, wo wohnt der alleine hier auf dem Schiff? Im gehört alles, oder was? Blödsgirr Sind an Sind Tickets Ich will die Kerze doch nur anzünden Lass mich doch die blöde Kerze anzünden Hab ich die jetzt geschafft anzuzünden? Hat es gespeichert? Ne, hat nicht gespeichert Sind an Ja 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 Loser So, wo müssen wir jetzt hin? Die Tür ist zu Ja Ja Das Ding fällt wieder runter Wenn ich hier langlaufe Das weiß ich jetzt schon Dass die Kacke runterfällt Und der kommt ans erste Regal Ja Natürlich kommt der da oben ran Ups Ja Zünd die Kerze an Das Wichtigste im ganzen Spiel hier So Und jetzt? Keine Ahnung, ich seh nix Ich weiß ehrlich gesagt sowieso nicht, was ich hier machen soll Ich latsch jetzt hier rum Nein Nein Ich wollte ihn eigentlich von mir weglocken und nicht zu mir her, aber... WTF, was hat jetzt die ganze Scheiße gebracht? Ich sollte so einen blöden Schlüssel mitnehmen, aber... Hat jemand diesen blöden Schlüssel gesehen? Hat ihn irgendjemand gesehen? Bin ich doof? Ich brauch doch diese dumme Kurbel Aber die war weder auf dem Tisch Bin ich doof? Ich brauch doch einen Schlüssel Der ganze Quark hier, den mach ich doch nur wegen dem dummen Schlüssel Ich bin verwirrt Wie komm ich jetzt... Die schmeißt den doch niemals so weit Hä? Wie aus dem Schlüssel an, warst du hier? Ich kann das nicht. Ich mach den Fernseher aus. Der ist laut. Der stört dich. Total. Ich mein, diese Psychomusik. Hörst du die nochmal an? Ich mag den Fernseher nicht. Ich möge ihn nicht. Er haut nicht ab. Da! Ich zeig dir eine gewisse Geste, Kumpel. Eine ganz bestimmte Geste, die niemand von euch kennt. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Ich bin vielleicht zu schnell losgelaufen. Hätte warten müssen, bis er auf den Knopf drückt oder keine Ahnung. Aber ich seh das doch richtig, dass ich mit dem blöden Schlüssel jetzt da oben lang turnen muss, oder? Ansonsten bin ich doch zu langsam mit der blöden Kurbel. Ich find cool, dass die einen Hackeball hat. Ich kann den nicht schmeißen. Ich kann... Ich kann den nicht?! Aber ich muss dasì, so etwas Angst war. Ich kann den natürlichen Letzpunkt sahen. Ich kann das nicht bevorz approve. Ich kann das nicht bevorzugen, dass ich dei konnte. Ich kann mich bei dir Coca- warningen choise zuNTefassen. Ja, schau. Ich kann das nicht verstecken, dass du rubrnig kannst. Geh da rein, du blöde Nuss! Ich krieg hier echt zu viel. Ja klar, ich lass mich einfach kochen. Kann ich irgendwie da hoch? Ja. Nein. Wie mach ich das jetzt? Hast du das Pferd? Bist du der Schlüsselmeister? Ja, ich hab den Schlüssel gemeistert. Los, roll! Jetzt roll! Steht jetzt schräg, roll! Oh mein Gott. Ja, so brauchen wir ungefähr 70 Stunden. Nein, nein, nein. Will, du rollst zurück! Will, du rollst zurück! Greif es! Die Steuerung ist manchmal echt ein bisschen tricky, sorry. Joa, sieht sehr stabil aus. Hier geht man auch gerne spazieren. Warum ist die Kamera jetzt grad so komisch? Kleinen Moment. Ich weiß nicht warum, aber ich find die Kamera da ultra salzsam. Ich will, dass die Kamera hinter die Tür zeigt, dass hier schon wieder irgendwas versteckt ist und ich seh das nicht. Wegen Kamera. Keine Ahnung. Gut, weiter geht's. Ah, guck mal da, Lampe. Da! Wie will der wissen, dass ich genau jetzt, genau in diesem Moment da bin? Wie will der das wissen? Ich war auf Stoff. Der konnte mich nicht hören. Ich find es nicht richtig. Ja, jetzt geh doch durch. Mann! Das nervt. Vielleicht ist es ein Hobby in Röhren zu fassen. Ihr seid doof. Ja, sorry. Äh, die Steuerung, das ist voll kacke am PC. W-A-S-D nach links, dann shift und dann noch STRG drücken. Wie denn? Boah! Ja, klar! Wie lange sind denn deine blöden Arme? Los, quetsch sie ein und bring ihn um! Hey! Willst du mich verarschen? Stirb, Alter! Ja! Ich will den Käfig ziehen! Ich will, dass das Ding zusammenstürzt und seine scheiß Arme abgetrennt werden! Ich bin so salty gerade! Ich bin... Ich bin mega ange... Was soll ich denn machen? Nr... ... Na ja, klar! Nr... Okay, mit da kann ich nix machen. Ist wohl ne Art Boss-Kampf. Also bei Next Halloween Stream braucht Aro so ne Pulse und den Pulse mit App ob im Bild anzeigen lassen. Nimm die dreckigen Griffel weg. Stirb jetzt einfach. Weg, weg, ist das eklig. Leide, leide du blöder Penner, du kannst jetzt niemanden mehr einwickeln. Hoffentlich stirbt er an dem Blutverlust. In dem Blödmann habe ich drei Herzinfarkte hinter mir. Boah, ich bin einfach nur so sauer auf diesem blöden Boss grad, sorry. Das geht gar nicht. Yay, Bosskampf geschafft. Hi. Wie viele kommen noch? Ich will ihm die Arme abtrennen. Aro trennt ihm die Arme ab. Iiiiih! Das war aber auch eklig. Ich war sauer auf ihm, okay? Er hat mir, wie gesagt, drei mal den Herrn zum Fuck beschert. Jetzt wird nicht geheult, weiter geht's hier. Wir haben keine Zeit zum Heulen, wir müssen irgendwas zum Essen finden. Toll, Fleischerhaken, yay. Oh nein! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Halt ihn auf! Iiiih, ich muss mich wirklich dran festhalten. Aber das sind doch keine Kinder, das sind doch jetzt Erwachsene, oder? Ich meine, da ist schon wieder ein Kinderschuh. Den hat er nicht gut verschnürt, deswegen ist er runtergefallen. So, das gab nur zwei Stück und jetzt kann ich das nicht mehr machen. Die hält sich nicht fest. Halt dich doch fest! Die hält sich nicht fest. Was soll ich denn machen? Die hält sich nicht fest. Jetzt, halt dich doch fest! Stirb halt! Ohne Witz, wenn du zu dumm bist, um dich festzuhalten! Ich will, dass wir jetzt jeden Tod sehen. Mir geht die langsam echt auf den Zeiger. Ich glaube, ich brauche eine Pause von dem Spiel. Ich bin gerade echt wütend auf alles. Ich finde es eklig und ich finde es gruselig und ich finde es nicht schön, dass hier was mit Kindern da gemacht wird. Ach, überhaupt, alles kacke hier. Die hält sich... Wow! Nicht fest! Entschuldigung. Das war jetzt nicht geplant. Aber das war witzig. Ich will jeden Tod zeigen. Das hat bestimmt noch keiner vor euch... äh, vor... ähm... YouTuber davor gezeigt. Das war wirklich gut. summer growl Vielen Dank.